Ich verstehe, warum dir das gefällt. Äh, eher. Zeug doch gerne Dinge, ich nicht. Warum nicht? Macht doch Spaß! Also, was ist das Beste daran, der Hype zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Äh, wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja. Wie du willst. Mehr Steine? Kein Problem. Oh oh. Wow. Bist du okay? Äh, alles gut. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und, äh, kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Du schaffst den Sprung. Ist die... äh, geschafft. Ich warte noch auf die Brücke, Kamala. Okay. Sie braucht wohl Strom. Ta-da! Hiermit dürft ihr fünf Tags schickes Schlaf betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Hm. Wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner... äh, Top-Fünf-Hintern-Tretlieder? Doch. Die gute alte Nummer vier. Und hallo, Golden Acres! Oh, das kann es nicht sein. Bringen wir's hinter uns. Also, Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh, lange fünf Jahre. Ähm, ist echt ruhig hier. Das war's. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi. Tut mir leid. Wer bist du? Äh, Kamala. Gut, äh, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdien das. Ja, verdammt richtig. Du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaftlich... Es war ein Überfall, Bruce. Nein. Wir wurden reingelegt. Nein, der Terigenreaktor war instabil. Und das wusstest du. Du wusstest es. Und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey. Nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich hab diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Taten kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hm. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein, 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 nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Woher hast du das? Ich hab dein Passwort auf nem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Hm. Ich dachte, ich hätte's geändert. Oh, verdammt. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, nein, hier, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist, wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich? Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay. Ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja. Vielleicht irgendwie. Mal sehen. Entschuldigt. Ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Ah, verdammt! Tja. Anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Sie haben dich gefunden, Bruce. Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ah, Ur-Omas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Im Gegensatz zu... Ab in die Luft. Neue Partygäste. Oh, hey Leute! Neue Partygäste. No. Wie in alten Zeiten. Ich brauche einen Helm. 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 Okay, hier muss er irgendwo sein. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Sie waren schon immer ein voll großer Auftritt, Stark. Wie war meiner? Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, George, you boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlend halten. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiegel. Ich habe mich von allem getrennt, was mich vor Freude vogelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Äh, Mr. Stark. War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Das Mädchen braucht unsere Hilfe. Also, auf mich wird sie völlig gesund. Inhumans sind krank. Und brauchen Beheilung. Wie steuert halten diese Maschinen? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Haha. Glaubt diesen Mist irgendjemand? Gut gemacht, Kleine. Ähm, Kamala. Hör ich jetzt! Hör! Sie haben seit unserem Kennenlern auf mich herabgeblickt. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Technogenese. Klingt gut. Seht leicht von der Zunge. Hör ich jetzt! Hör ich jetzt! So nah, wie er dich lässt. Nein, ich schaff das. Pass auf! Moment! Du bist noch nicht bereit für... Oder... vielleicht doch. Sieh auf was am Joghals! Kürt! Aussehend! Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammen zu sehen. Na ja... Na ja... Brucie und ich haben eine Paartherapeutin. Sie ist toll. Klein, gelenkig... Kann richtig gut Passwörter erraten. Immer die Schwachen gefährden. Sie lernen es nicht. Schwach? Brauchst du deshalb eine ganze Abbie für sie? Genau! Eigentlich ist das ein Kompliment. Du befest mir jede Sekunde besser. Ich leide mir Schäden. Achtung! Sie kennen Dr. Banners Aussagestag. Die Avengers waren gefährlich. Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen. Ist das alles für mich? Ah, wie schmeichelhaft. Bilden Sie sich nichts ein. Ich habe kaum einen Finger gerührt. Dann hat die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern. Sie ergreifen Partei in einem Kampf, den Sie nicht verstehen. Ich habe mich vor fünf Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das Mädchen. Dann können Sie und Bella machen, was Sie wollen. Vergiss es. Das wollte ich auch gerade sagen. Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen. Warum jetzt damit anfangen? Halt! Nein! Da waren meine Tachen drin! Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Syntholz waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht! Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit? Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen? Könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen? Sind Sie endlich fertig? Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Auch für mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen worden. George, wir brauchen ihn. Entschuldigung. Weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie. Bitte. Jarvis, du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Kamera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also, übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn Sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Ich muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Ich sollte mir mal die Initiatorkerne im Hangar ansehen. Javis, Papa ist wieder da. Du kannst die Kindersicherung am Tech-Labor entfernen. Verzeihung, Sir. Das habe ich buchstäblich nicht in der Hand, weil Master Bruce gerade neu verkabelt. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey, Tony. Ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Ich bin Phil Sheldon und melde mich live von irgendwo in Utah. Wo sind wir nochmal? Oh, ich bin live. Nach der heutigen Notfallwarnung von AIM kann ich bestätigen, dass sich Iron Man und Hulk gemeinsam in einer abgelegenen Gegend von Utah der Verhaftung durch die Behörden widersetzt haben. An der Ostküste hat eine kleine Gruppe im Heroes Park von New Jersey ihr Wiederauftauchen nach über vier Jahren gefeiert, bevor die Polizei sie zerstreute. Eine AIM-Sprecherin sprach von Pre-A-Day-Ansichten und warnte vor alarmierenden Anzeichen geistiger Instabilität bei Iron Man und Hulk in den letzten Jahren. Wir wissen alle, was passiert, wenn derart mächtige Wesen außerhalb des Gesetzes operieren und genau das tun sie jetzt wieder, warnte sie. Wir werden den Verlust weiterer amerikanischer Städte nicht riskieren. Zitat Ende. Falls jemand weiß, wo sich die früheren Avengers aufhalten, soll er sofort ein AIM-Callcenter kontaktieren. Moment, hat das nicht vorher funktioniert? Okay, Jarvis, Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Jarvis, Frage, wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiator-Kerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allem. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Hey, ich bin etwas eingerist. Sehr milliard! In�ABOres,fer in der anderen Ecke. Oh ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Will ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiator-Kerne. Moment, haben die größeren Aim-Bots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiator-Kern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Toni. Ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache... ...bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Ah. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Ah, die alte Kantine. Ah, die alte Kantine. Das ist eine Klopf-Faust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crew-Quartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in zehn Minuten auf dem Kommando-Deck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich... Ich seh lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein, 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 nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matuas Outfit gesehen? Wehender Umhang. 80s Schulterpolster. Ziemlich lächerlich. Ich steh auf diesen, äh... Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, äh, weißt du? Das ist cool. Ah, ich denke, ich sollte was anderes anziehen. Warte, 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 warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das mein ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich hab schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einem ans Herz. Hey, äh, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Äh, wie bitte? Nichts. Bin unterwegs. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Hier sieht's ja aus. So haben sie's verlassen. Als ich auf der Ranch gelebt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich nicht mehr laut mit dir geredet habe. Jarvis macht Kaffee. Jarvis leert den Abwassertank. Jarvis, wo sind meine Socken? Es freut mich, dass sie ohne mich überlebt haben, Sir. Ach, es ist schön, wieder da zu sein. Jarvis, kannst du diese ganzen Memos für mich lesen? Und fang jetzt nicht mit regelmäßiger Wartung an. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich hatte doch hier eine Reserve. Jedelei-Jede. 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 du arbeitest immer noch an dieser tür oder ich muss nur den kompletten verteilerkasten entfernen und dann die verbindung gut gemacht kumpel war doch gar nicht so schwer endlich daheim falls wir irgendwo hinwollen brauche ich eine alternative energiequelle die kamera ist für terrygel ausgelegt aber ich kann sie für etwas weniger explosives umbauen ich skenne die region auf quellen aber es wird etwas dauern die wärmesignaturen potenzieller initiator kerne zu identifizieren gut bis dahin brauche ich eine neue rüstung wo finde ich teil um die fertigungseinheit zu reparieren ich habe einen guten bergungsort gefunden und die koordinaten an den einsatztisch gesendet sobald sie bereit sind einsatztisch verstanden fertigungseinheit reparieren glänzende neue rüstung bauen dann den vogel in die luft bringen so 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 Das war's für heute. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Das war's für heute. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr hart. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles klar. Vereilen wir uns. Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die Sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. Die metaphorische Uhr tickt. Die Rüstung schlägt sich tapfer. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Haha, das ist witzig. Macht die KI frech, hab ich gesagt. Das wird lustig, hab ich gesagt. Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Sieh dir das an. Ja! Das war's. Gehen Sie in den Aufzug. 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 Gehen Sie in den Aufzug.